Moin Leute, heute haben wir was anderes vor und zwar habe ich eben vom Ralf ein paar Flügel erhalten fürs Foil und die gucke ich mir jetzt mal an und um die perfekt testen zu können, also es ist ja eigentlich quasi wie ein Labor, gehe ich jetzt nach Norderstedt auf die Wakeboard Anlage und ich nehme euch da einfach mal mit und ich gucke mal, ob ich da vielleicht ein bisschen was für euch rausfinde, wie man so einen Flügel am besten testen kann, auf was man achten kann und ob sich das dann generell eignet, um so ein Foil zu testen. So, die ganzen Lumex Objektive kann ich erstmal da lassen, aber die GoPro brauche ich, yes, okay. Wetter ist truly on point, fängt gerade an zu regnen und zu stürmen, also genau richtig, um ein bisschen Platz an der Wakeboard Anlage zu haben. Ich hoffe es wird nicht allzu grau, dass wir auch ein paar ganz witzige Aufnahmen kriegen, aber das sollte schon passen. Geilo! Leute, ich sage es euch ganz ehrlich, das ist ja schon ein bisschen komisch, als Foiler, also erstmal Kitesurfer und dann auch noch Foiler hier zu den Wakeboardern zu gehen, da gibt es auf jeden Fall Leute, die einen wärmer will kommen und meine ich gar nicht böse, aber man wird auf jeden Fall hier ein bisschen komisch angeguckt, wenn man mit dem Foil auftaucht, aber was hier in Norderstedt supergeil ist, du hast hier wirklich so choppy water hier hinten in der Ecke, gerade wenn es so ein bisschen windig ist, wie jetzt, und du fährst halt mit dem Foil wie auf einem fliegenden Teppich und das macht echt richtig, richtig Laune. Und ich gucke mir jetzt mal an, was der Flügel hier kann, vergleiche das mit den anderen Flügeln, die ich dabei habe. Obstacles sollte man besser nicht mitnehmen mit dem Foil, aber so ist es auf jeden Fall eine sehr wichtige Sache. Das ist immer ein ganz cooler Indikator, wenn man sieht, wie weit kann man den Mitnehmer überholen. Jetzt probieren wir nochmal zu bohren. Du kennst ja dieses, wenn Leute anfangen zu foilen, dann ist es immer erstmal so ein Delfin, nennt man das auch irgendwie, im Fachjargon. Und das ist eben genau der Punkt, das Foil fährt, hat Auftrieb, geht hoch und dann reißt dieser Auftrieb oftmals ab, dadurch klatscht es wieder runter. Dann kommt irgendwie wieder ein bisschen Geschwindigkeit dazu, das fängt sich wieder, wird wieder umströmt, erzeugt wieder Auftrieb, geht wieder hoch. Und das ist eben genau das, was wir probieren möchten zu unterbinden, dass das Foil quasi so einen speziellen Punkt hat, den man genau treffen muss, sondern ein Foil, was da gutmütiger ist und was eben nicht so einen krassen Punkt hat, sondern der sich ankündigt, den man besser erfahren und spüren kann. Das ist eben viel wert am Anfang und genau das testen wir in der Wakeboard-Anlage und genau das kannst du eben auch testen an der Wakeboard-Anlage. Der nächste Tag, ich bin schon auf dem Weg nach Sylt, ich sitze hier gerade, liege hier gerade hinten in meiner V-Klasse drin und warte, dass der Zug endlich kommt. Es ist ein wunderschöner Sommertag. Auf Sylt ist ganz guter Wind vorhergesagt, also richtig viel sogar und ich nehme euch da ein bisschen mit. Zu der einen oder anderen Big Air Session freue ich mich schon. Eigentlich wäre jetzt hier ein Mercedes-Shooting gewesen, aber das wurde abgesagt und da habe ich mir gedacht, fahre ich trotzdem hin. Film ein bisschen was, dürfte auch ganz witzig werden. Wir haben direkt hier unser Haus, müssen jetzt wirklich nur einmal über die Düse drüber laufen und können direkt starten. Also ziemlich lässige Angelegenheit, das gleich. Dann würde ich vorschlagen, gucken wir uns mal an, ob hier genügend Wind ist. Kleiner Test. Geht los. Geht los. Oh, mega geil hier. Wenn es geht, probiere ich jetzt mal eine Vierfach-Rückwärts-Rotation. Schauen wir mal, ob ich die irgendwie reinkriege. Versuch Nummer zwei. Oh. Oh. Moly Moly. War das vier oder war das fünf? Doppelback Sport-Off mit Ansage. Here we go! Leute, ich probier's nochmal. Es sind ein paar Versuche mächtig in die Hose gegangen. Aber gut. No pain, no gain. Wir gehen nochmal. Www, wo ww! Www, wo ww! Wo ww! Wo ww! Wo ww! Es gibt noch ein Spiel, das habe ich immer geliebt, wenn wir bei Taiva Downwinder gemacht haben. Und zwar, du springst in einer Welle ab und probierst in derselben Welle wieder zu landen. Ich gucke mal, ob ich das heute hinbekomme. Aber das war immer mega geil, weil man den Schirm dabei ganz weit nach hinten stellen musste, komplett in den Freefall gegangen ist und sich erst in letzter Sekunde wieder fangen lassen durfte. Ich gucke mal. Das macht so viel Spaß, weil du ballerst den Kite einfach voll erst nach hinten. Dann geht es für dich über die Welle nach oben und dann lässt den Schirm komplett hinten stehen. Das würde normalerweise den übelsten Arschbombe ever enden. Und du musst einfach probieren, genau wieder vor der Welle oder auf der Welle zu landen. bei dir im Stein. Und dann hat das wie den Skispringer-Effekt und dir kann nichts passieren. Aber dir passiert sehr wohl was, wenn du oben auf der Welle drauf landest, also auf der Kante, oder wenn du halt ins Flache springst. Denn das macht genau den Reiz aus und wenn du es triffst, ist einfach unfassbar geil. Hey, halt stopp! Wenn du das Video bisher her geschaut hast, einmal noch kurz den Like-Button rausschallern und wenn du es noch nicht getan hast, meinen Kanal abonnieren. Freue ich mich sehr, hilft mir und du verpasst nichts mehr. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. In diesem Sinne, liebe Grüße aus Sylt, bis bald. Ciao, ciao! Oh Gott, ihr glaubt gar nicht, wie weird das ist, wenn du vorne auf der Promenade stehst und hältst eine Kamera hoch und sprichst mit der Kamera und sagst irgendwas von Kanal abonnieren, liken und die Leute um dich herum so, hä, what the fuck? Ja gut, vielleicht gewöhnt man sich irgendwann dran. Schauen wir mal.